Ich will nicht so sein wie die, eingesperrt in einem Gefängnis, von dem sie nicht wissen, dass sie drin sind. Welches Gefängnis? Fred? Ja? Ich habe das Gefühl, dass sie unkonzentriert sind. Hattest du nach dem Abschluss echt überhaupt keinen Kontakt mehr zu Cindy? Überhaupt nicht. Ich habe seit 15 Jahren nicht mal an sie gedacht. Natürlich erinnere ich mich auch an Cindy Williams. Sie ist einfach verschwunden. Das war natürlich auch die Zeit, zu der diese schreckliche Droge in der Schule umging. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Dieser Abend, als wir auf Merck waren. Was macht das mit einem... Wir müssen wieder zurück und versuchen uns daran zu erinnern, was an diesem Abend passiert ist. Hier ist es. Hier ist es passiert. Jetzt. Hauen wir ab. Willst du mir folgen? Du weißt doch was, das weiß ich. Sag es mir. Es ist nicht das, was wir dachten. Jetzt. Lebensfong. Welche? Egal was du tust. Nimm's auf keinen Fall. Ich hab's schon längst genommen, okay? Was passiert jetzt mit mir? Komm mit mir. Dann zeige ich dir alle unsere Möglichkeiten. Das hier ist nur eines unserer Leben. Verdammt, ich bin nicht mal hier! Ich bin eigentlich gar nicht hier! Ich bin eigentlich gar nicht hier! Untertitelung des ZDF, 2020